Ich habe mich jetzt hier etwas abseits gestellt, weil es ist hier etwas ruhiger und wahrscheinlich könnt ihr mich hier besser hören. Geht ihr mich alle hören? Hebt mal alle die Hand, die schon mal die Bibel gelesen haben. Einfach mal so die Hand heben, alle die schon mal in die Bibel reingeschaut haben. Gibt es da irgendjemand? Ah, sehr gut, sehr gut. Noch jemand? Jeder da hinten? Hört ihr mich? Habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Ja? Nein? Einmal Hand heben. Habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Nein? Okay. Wir haben da noch vereinzelte Bibel, ihr könnt die gerne mitnehmen. Das ist kostenlos. Könnt ihr einfach mitnehmen. Wir haben jetzt schon so viel verteilt, über 600 Bibeln hier verteilt. Jo, Gott segne dich. Und einiges ist noch da. Wenn da keine Bibeln mehr drin sind, nehmt einfach ein Traktat raus. Sehr guter Traktat. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel verändert Menschen. Und wisst ihr, was da drin steht? Ich zitiere mal einen Vers. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die, die gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Leute, ich kann euch verstehen. Wenn ihr kein Interesse an der Bibel habt, bedeutet das einfach, dass ihr verloren seid. Dass ihr nicht gerettet seid. Und das ist echt schade. Ich lebte auch mal in so einem Zustand. Dass ich nicht wusste. Ich wusste nicht. Bin ich gerettet oder doch? Ich wusste nicht. Aber irgendwann mal wurde es klar. Wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich in die Hölle. Ich gehe verloren. Ich bin ein verlorener Sünder. Durch und durch. Ich bin ein gottloses Wesen. Einfach ein gottloses Menschen, was mit Gott nichts zu tun. Leute, und das zerstört unseren Menschen. Wie viele leben in Depressionen und sind unzufrieden über ihr eigenes Leben und kommen mit ihr eigenes Leben gar nicht mehr klar. Wisst ihr warum? Weil der Sinn des Lebens fehlt. Es fehlt der Schöpfer. Die Schöpfung hat den Schöpfer verloren. Sie hat sich von dem Schöpfer abgewandt, abgetreten. Und ganz ehrlich, Gott schaut auf uns Menschen und ist so traurig darüber. Er ist so traurig darüber. Er möchte mit seiner Schöpfung leben. Er möchte uns zeigen, was der Sinn des Lebens ist. Und dann möchte er uns, dass wir die Ewigkeit im Himmel verbringen werden. Gott liebt dich. Und Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus ist das Leben. Und nur durch Jesus Christus kommen wir zum Vater. Nur durch Jesus Christus kommen wir in den Himmel. Gott hat uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, hier auf dieser Welt vor circa 2000 Jahren sandte, um für uns zu sterben und zu auferstehen. Er hat somit den Tod besiegt. Leute, hört mal ganz kurz her. Durch Adam kam die Sünde auf uns allen Menschen. Durch Adam kam der Tod. Durch einen Menschen kam das Verderben auf dieser Welt. Aber durch einen Menschen kommt die Errettung. Durch Jesus Christus kommt die Errettung. Durch einen Menschen. Das ist der Sohn Gottes. Er kam hier auf dieser Welt vor circa 2000 Jahren, weil er uns liebt. Jesus liebt dich. Leute, nehmt mal eine Bibel mit oder ein Traktat, kostenlos mitzunehmen. Da ist nur etwas da. Gleich ist alles weg. Jesus Christus kommt hier auf dieser Welt und ist für dich und für mich gestorben. Er ist gestorben und auch verstanden und hat somit die Macht des Todes, die Macht der Sünde besiegt. Und es ist nicht nur so. Ja, erzähl mal. Es gibt keinen Gott außer Allah. Ich sehe das für mich. Ja, das ist deine Meinung. Hast du schon mal den Koran gelesen? Ja, natürlich. Natürlich. Jesus ist der Weg. Isa. Hat Jesus und Isa gesündigt? Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Mohammed wusste nicht, ob er gerettet ist. Mohammed wusste das nicht. Leute, da kommt einer an und sagt, allein der Islam. Ich will hier keine Debatte jetzt aufmachen, aber es gibt nur ein einziger Glaube, der dir die Garantie gibt, eins mal im Himmel zu sein. Und das ist der Glaube an Jesus Christus. Keine Religion. Keine Religion gibt dir die Sicherheit, eins mal im Himmel zu sein. Leute, Religion kommt nicht von Gott. Religion hat mit Gott nichts zu tun. Religion ist von Menschen gemacht. Religion ist von Menschen gemacht. Das Evangelium, die rettende Botschaft, die kommt vom Himmel. Durch den Sohn Gottes, Jesus Christus, der für uns Menschen gestorben ist und auferstanden ist, weil er uns liebt. Er hat die Schuld getragen. Leute, es ist Gnade. Ich weiß, Gnade ist schwer zu verstehen. Es ist Gnade. Es ist Gnade, dass Jesus Christus für unsere Schuld starb. Es ist Gnade. Gott kann uns vergeben. Gott möchte dich vergeben, aber nicht nur das. Gott möchte dich befreien von Sünde. Gott möchte dich befreien von Pornografie. Gott möchte dich befreien von sexueller Unmoral. Gott möchte dich davon befreien von Alkohol. Gott möchte dich befreien von Drogen. Gott möchte dich befreien von Sünde, von jeglicher Sünde, weil er dich liebt. Aber Leute, dieses Geschenk muss man annehmen. Es ist ein Gnadengeschenk. Das muss man annehmen. Einfach annehmen. Leute, das steht alles in der Bibel. Gott hat wirklich kein Wohl gefahren am Tod eines Sünders. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Darum sandte er seinen Sohn, Jesus Christus, hier auf dieser Welt, um Frieden zu schaffen mit seiner Schöpfung. Um wieder Frieden zu schaffen. Was musst du tun? Wurde vorhin wieder gefragt. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ganz einfach. Glaub an den Herrn Jesus Christus und vertrau ihm dein Leben an. Und er wird es wohl machen. Es gibt es uns schon wunderschöne Zahlenbild. Gehe dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Glaube heißt Vertrauen. Wenn ich an Gott glaube, dann vertraue ich mir mein Leben an. Ich gebe ihm mein Leben, weil er sein Leben für mich gehabt hat, durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und Gott wird uns verändern. Was ich fragen würde, würde ich gerne machen. Jesus liebt euch. Jesus ist der Weg. Nur Jesus allein ist der Weg. Ja? Noch was? Jesus liebt dich und er möchte nicht, dass du verloren gehst, sondern das ewige Leben Gott im Himmel sein wirst. Aber nur durch Jesus Christus. Durch Buße und Umkehr von unserem gottlosen Leben. Leute, ich wünsche euch einen wirklich von ganzem Herzen gottnesreichen Segen. Weißt du, ich stehe hier. Jetzt vielleicht denkt ihr einige, das ist noch nicht der richtige Ort dafür. Doch, das ist genau der richtige Ort. Denn jetzt sind wir hier und wir haben Zeit und es geht uns gut. Es kommen Momente, da wird es uns nicht gut gehen. Es kommen Momente. Vor zwei Tagen war hier der Bomben droht, wurde evaluiert. Da haben Leute Panik gehabt, Angst gehabt. Leute, so weit muss es doch nicht kommen, oder? Solange es noch gut geht, lass uns doch den Herrn suchen. Lass uns doch den Herrn suchen und er lässt sich finden. Und wir werden Veränderungen in unserem Leben bekommen, durch Jesus Christus. Ich wünsche euch wirklich von allen, ganzem Herzen, gottesreichen Segen. Ich wünsche euch allen wirklich, wirklich, dass ihr umkehrt und den Retter findet. Den Retter dieser Welt, der euch liebt. Der euch so sehr liebt. Ich wünsche euch Gottes Segen.